Vorhang auf für das allererste Final Four der European League auf neutralem Boden. In Hamburg wird diese Auflage 2024 ausgetragen. Im ersten Halbfinale treffen die SG Flensburg-Handewitt und das rumänische Top-Team Dynamo Bukarest aufeinander. Kevin Möller eröffnet dieses Semifinale mit einer ersten Duftmarke hinten und mit der Basis seiner Paraden. Kommt die SG richtig stark rein in dieses Final Four. Vorne dreht ihn Emil Jakobsen rein. 2 zu 0. Es geht mit starkem Start. Dynamo Bukarest muss auf seinen Superstar Luka Zimric verzichten. Der Kroate fehlt aufgrund von Wadenproblemen und das ist tatsächlich zu merken. Flensburg verteidigt leidenschaftlich und stark, stellt Bukarest vor Probleme. Und wenn doch mal Lücken auftauchen, ist immer wieder Kevin Möller zur Stelle in den letzten Wochen auch in der Bundesliga. Ja, immer wieder verdammt stark. Und vor allem die Flügelzange funktioniert Emil Jakobsen und Johan Hansen. Treffen vorne nach Belieben. Es ist ihr Spiel und ihr seht schon, 5 Minuten vor dem Seitenwechsel führt Flensburg mit 7. Bukarest muss jetzt schon aufpassen, dass ihnen das Spiel nicht entgleitet. Teiltür Einerson von mit dabei. Flensburg findet extrem viele Lösungen. Flensburg ist variabel, entweder in der Breite aus der Distanz oder auch in der Tiefe. Die Geschichte der ersten Halbzeit ist aber aus Flensburger Sicht auch eine andere. Kai Smits ist wieder mit dabei. Nach seiner Herzmuskelentzündung stand zuletzt ja schon wieder im Kader. Hier kann er da unten sehen, wie mit der Nummer 33 seine ersten Minuten wieder im Flensburger Dress feiern. Und das ist die tolle Nachricht. Flensburg, das ist die andere gute Nachricht. Fühlt zur Pause komfortabel mit 18 zu 11 und macht nach dem Seitenwechsel einfach weiter mit Johannes Goller. Bukarest hat große Probleme, vor allem immer wieder auch die tollen Handspiele von dem Gottfried Zong in den Griff zu bekommen. Hier gleich das nächste auf den Kapitän der Deutschen Landball-Nationalmannschaft. Auch wenn er in diesem Fall mal nicht mit Anden-Para vorbeikommt. Der Torwart von Bukarest ist es dennoch nicht, der diesem Spiel den Stempel aufdrückt. Gottfried Zong hingegen schon. Glücklich. Gottfried Zong, dann geht es mal in Richtung Außen. Emil Jakobsen ist der beste Torschütze dieses Spiels. Es gibt insgesamt elf Treffern der Däne. Je länger dieses Spiel dauert, desto mehr schlägt das berühmte Pendeln Richtung Flensburg. Kaspar Rek nochmal, der kann es nicht nur wuchtig, sondern auch fein aus dem Handgelenk. Aber da ist das Spiel fast schon entschieden. Die SG Flensburg-Handewit zieht ins Finale der European League 2024 ein. Und das hochverdient Lasse Möller nochmal. Sogar Tor 38, ein deutliches Ausrufezeichen. Der SG Blagotinzek bekommt zum Ende hin die dritte Zeitstrafe. Muss die letzten Sekunden von der Tribüne aus sehen und kann dann auch jubeln. Herzlichen Glückwunsch an die SG Flensburg-Handewit zum Finaleinzug in Hamburg. Die SG Flensburg-Handewit.